Hallo. Oh Gott. So sah ich am Anfang aus. Du musst das Lachen aus. Es verändert dich. Oh, Lachen aus! Das ist die einzige Sache, die mir helfen von deinem Schein. Oh, hey Whippersnapper. Ich habe nicht gesehen. Deine Freunde sind da, Kindle. Gehen da und spielen! Ja, ja. Das? Wo die Fripp? Ein... Oh. Oh Gott. Was muss ich tun? So sahen wir am Anfang aus. Das habe ich schon ganz vergessen. Ach, schöne alten Zeiten. Noch total unerfahren. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh Gott, was muss ich tun? So sahen wir am Anfang aus. Wir müssen Karman stoppen, bevor er alles anfängt. Was machen die Kinder? Wir haben uns über Superheroes angefangen, seit 5 Tagen vor. Ja, get lost, Geusebag! Das ist kein Dreck, das ist mir, Craig. F*** du, Mann. Ich bin Craig. Wir haben keine Zeit für das. Stand auf, wir müssen nach Karman kommen. Na, du musst nur über uns und unser König gehen. Jetzt kämpfen... Oh, oh, okay. Wir kämpfen gegen uns selber, sozusagen. Ich werde aber den Plan mal wieder ändern, weil ich... Ich kann mit Butters nichts anfangen. Außerdem, mit ihm haben wir ja auch noch nicht groß gekämpft. Das werde ich jetzt auf jeden Fall mal machen. Man muss sich ja alles mal anschauen. Äh... Was? Ich muss irgendwas... Nein, muss ich... Ähm... Okay, wir kämpfen also erst gegen uns. Und wir sind auch... Da sind wir natürlich unglaublich stark. Wie soll's auch anders sein? Wie soll's auch anders sein? Dort sind wir natürlich total stark. Das ist kein Problem. Das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Ich glaube, oder? Hm... Es ist doch scheißegal, wen ich gewählt habe. Ja, die sind geschützt. Das ist jetzt natürlich voll blöd. Aber sie bluten. Immerhin. Immerhin. Ja. Mensch, Leute. Die Zeiten sind vorbei hier. Die Zeiten sind vorbei. Nein. So, und was ist das? Nicht viel, weil ich da nämlich nicht rankomme. Ähm... Ähm... Was kann... Was ist das? Du kannst nichts, doch... Stimmt! Der kann ja das! Wir haben ja schon mal mit ihm gespielt. Das hab ich ganz vergessen. Wunderbar. Wir müssen ein Kleid irgendwie bewohnen, aber der ist da so weit hinten... Ah, schade. Ich dachte, er ist hinüber. So. Gehen wir euch mal ein, oder? Ach, wir machen das hier. Komm, wir kesseln Kleid ein. Wir kesseln Kleid ein. Wir kesseln Kleid ein. Denn das... Geht natürlich nicht. Ach, Mann. Der kann aber auch nicht viel nehmen. Habe ich mal ein bisschen ins Fettnäppchen getreten. Naja, gut. Habe ich jetzt getauscht. Auch sehr gut. Schüttel kommt hinten. Auch gut. Wir kommen leider auch nicht ran. Nein, du kriegst auch Fressbrenn. So... Sogar von dir selber und alles. Was kriegen wir hin? Das ist gar kein Problem. Wieso sind wir denn jetzt so unglaublich schwach? Warum? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Oh, schön. Also es ist nur Wunderarsch ein bisschen schwach. Wir haben gewonnen. 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 Bitte was. Ich finde den richtigen, oder was? Ich finde den Mann. Aber du bist wirklich zufrieden. Ich kann sagen, ich muss das alles antrageneinander nehmen. Natürlich. Natürlich. Ich bin wohl auf den dritten Weg. Okay, ich bin der dritten Weg. Okay, ich bin der dritte Weg. Oder ich bin der dritte Weg. War kein Problem. Die kriegen wir doch alle. Macht der jetzt noch neue? Das ist Scheiße, der wird ja keine neue. So viele Quakes, oh mein Gott, so viele Quakes. So, was kannst du denn? Ich muss mich zu Quakes durchkämpfen, also zu dem Dichtigen. Gar nicht mal so easy. Ne, das mach ich noch nicht. Lass mal. Wir sind ja immer noch in der Sprache. Besteht ein Quake jetzt? Ich seh den nicht. Ich seh den nicht. Das ist doch gut. Wissen wir jetzt, gegen jeden Einzelnen sollen wir uns kämpfen. Wir spielen jetzt das ganze Spiel nochmal von vorne. Können uns nochmal zuschauen, wie wir teilweise versagen. Oh, ja. Das ist doch so. Stimmt, dein anderes Kostüm war wirklich cooler. Weil siehst du es. Was immer du vorne bist, du kriegst jetzt zuerst, ob's Fressen brennt. Ach man, wenn das denn mal klappen würde. Naja, dreimal wenigstens getroffen. Und gleich noch einen da her. Ich hab auch immer gedacht, die mit der Maske waren die Gegner. Aber ich glaub, das war sogar aus Quakes Gruppe. Ach, man kommt doch immer bei den Kindern weg. So, und wie machst du denn dann? Kyle ist bald hier nieder. Jetzt bist du nie an der Reihe. Sie kann nur leider nicht zu viel, man glaub ich. Na gut. Dann bist du halt an der Reihe. Ihr könnt mir gar nichts, ihr könnt mir gar nichts. Und auch ein neues. Ob ich nochmal gegen mich selbst kämpfen muss. Wow, Kyle kann aber ordentlich zurückgestecken. Tja, hat wohl nicht so viel gebracht, was? Lass mich jetzt reden, Maren. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nicht noch, Eika. Was? Lass mich nochmal gegen alle kämpfen. Gesiege den König, das ist auch gar kein Problem. Das kriegen wir natürlich hin. Bitte was? Das ist unfair. Was ist das für eine Kacke? Das konnte ich am Anfang gar nicht. Das ist unfair. Das hat er am Anfang nie und immer getan. Wie ist das denn, bitteschön, passiert? Das sind doch nicht wir. Das sind doch eindeutig nicht wir. Das ist wirklich, äh... Warte mal wieder pausieren. Ah ja. Was, was, was? Ah, der wollte sich wieder richtig tun hier. Quake. Ne, Superquake ist es ja. Komm, einmal noch. Ich muss, glaube ich, mal heilen. Wie heilig ich mich. So. Spalten wir hier nicht an. Okay. Ja, wir haben immer noch die ultimative Kraft. Stimmt. Äh. Ja, je, 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 je. Die hauen ordentlich auf die Kacke. Und ich komme nicht ran. Das ist doch nicht schwer. Heilen könnte ich natürlich. Das ist gar nicht mehr so. Ich habe zwei Leute hier, die mich heilen können. Ich glaube, ich habe sogar... Ne, ich habe nur zwei. Warum gucken wir da so? Ich kann nichts machen. Ich kann nichts tun. Doch. Halt. Ich stelle den jetzt hier hin. Weil da steht auch der König in der Reihe. Da ist es nicht ganz okay. Genau. Sehr, sehr gut. Der König kann aber ruhig stehen bleiben. Was war das? Ausgerechnet du! Ausgerechnet du! Ist das dein Ernst? Was habe ich denn für Kräfte? Ach so, ich habe wahrscheinlich andere Kräfte. Das hat jetzt aber keinen Sinn. Das habe ich nicht so ausgewählt. Das habe ich nicht so ausgewucht. Die Vergangenheit hat sich auch schon verändert. Was ist da denn los? Was ist da denn los? Was ist da denn los? Und wir sind unsichtbar. Sehr schön. Warum kann der das? Wie geht's? Hau ab. Hau ab. Die sind dadurch relativ beschützt. Das ist schön. Oh, ich bin auf. Okay. Nein! Nein! Oh, ich muss das Macaroni-Bild einsetzen. Oder... 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 Gut. Ich muss erst mal nach vorne. Das kann ich doch jetzt eigentlich mal wagen. Oh, ja. Warum nicht? Warum nicht? Hat dir zwar noch nicht alles gebracht, aber es ist schon mal nicht so schlimm. Komm, komm, komm. Wir haben's bald. Wir haben's bald. Nicht mehr lang, nicht mehr lang. Dann haben wir es. Ist das seine ultimative Kraft? Nein, ne? Oh. Oh, oh, oh. Und noch ein letztes Mal. Und dann müssten wir es geschafft haben. Dann bin ich gespannt. Ob's das jetzt war. Oh, wir sind ja immer noch unsichtbar. Eigentlich gar nicht mal so doof, ne? Wenn wir uns selber besiegen. Oh, wir haben ein neues Gewinn. Und ein Stufenausstieg. Oh. Oh. Oh, du kannst nicht crosshär. Das ist alles Lava. Wir haben nicht Zeit für das. Oh, mein Gott. Wie ist das? Oh, mein Gott. Wie ist das? Wie ist das? Das sind die Regeln nicht so richtig. Jesus Christ. Hast du das? Oh, hi, Kinder. Ich glaube, Erik ist in seine Wohnung. Ich bin gerade wieder zurück in Zeit, um dich zu finden. Der Katz ist weg. Es gibt große Rewarden. Warum sind Sie schon schon super-Heroen? Wir wissen, was du bist, Fat Ass! Mysterion? Aber du bist mit den Freedem-Pals. Wir sind alle Freedem-Pals. Wir sind von der Zukunft, du fatterd. Nein, ich bin von der Zukunft. Ich war nur zurück in Sticker Truth Zeit, um dich zu finden. Wir sind nicht mehr spielen. Wir wissen alles. Show uns deine lefte Hand. Meine lefte Hand? Show uns deine fucking lefte Hand! Huh. Hello, Freedem-Pals. Time-travel. Ain't it a bitch? Connor! What the hell are you doing here? I had a plan to use the new kit as means to get what I always wanted. But it looks like some do-gooders traveled back in time to stop me. Cartman, I swear to God, if you don't knock it off, I'm- But that's okay, because I still know something you all don't. What's that? How to make someone fart super-bad by hitting them in the solar plexus. Connor, no! No, 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 no. Ah, go back in ten ten ten. Ten ten, no, so weak, weak, weak. No, it's not weak, it's key, 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 key. Bitte was? Noch weiter zurück, oder was? Hallo? Gott, das hat jetzt aber lang gedauert. Oh, 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 oh. Oh, jetzt erfahren wir tatsächlich unsere wahre Hintergrundgeschichte. Was für ein Scheiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, ja. Ich habe jetzt leider keine andere Wahl, aber mal schauen. Was für ein Scheiß. Ja, komm. Äh, okay. Mit dir kann ich nicht reden? Was? Und jetzt? Oh nein, jetzt muss ich in das Schlafzimmer. Alles gut? Geh, geh zurück, honey. Daddy und ich sind ein bisschen beschäftigt, okay? Du hast es! Du stopt dein Vater! Du savedst dein Mutter, new Kind! Das ist richtig! Und jetzt ist niemand mehr zu stoppen, ich bin auf zu einem anderen Tenten! Connor, no! Wer bist du? Ich bin der Kuhn. Das ist dein Kind von der Zukunft. Unsere Kind von der Zukunft? Oh Gott, ich wusste etwas wie das passieren. Unsere Kind weiß, wir sind lieb und wollen ein paar Antworten. Du bist richtig, Kind. Wir sind ehrlich, aber nur weil... wir wollten, um dich zu retten. Die Wahrheit ist, deine Mutter und ich haben bestimmte Abilitäten. Powers, die normalen Menschen nicht haben. Ich habe meine, als ich war jünger. Ein Tag, ich habe ein Facebook-Fachbuch, und in ein paar Stunden, ich hatte über 3 Millionen Follower. Meine Powers sind ähnlich, aber sie nur arbeiten auf Instagram. Ich habe 4 Millionen Follower als ich erstes Poste, meine erste Bild. Natürlich, Powers wie das nicht unnoticed für lange. Shortly nachdem, deine Mutter und ich wurden getötetet durch die Regierung, wo sie haben Wissenschaftler spenden Monate über uns zu experimentieren, versuchen, zu herausfinden, wie wir so viele Follower zu bekommen haben. Das ist woher dein Vater und ich und wir haben in Liebe gefunden. In einem kalt, dampen, der Regierung. Ja. Nach dem Tag, sie haben experimentiert, und nach der Nacht, wir haben liebige Liebe. Meine Macht, kombiniert mit deinen Müttern? Du bekommst über 10 Millionen Follower die Minute du warst. Und nachdem sie die Umbilical-Cord cutten, du warst bereits mehr Macht als alle Kardaschians. Das ist deshalb, wir mussten zu weg. Denn wir wussten, dass die Regierung benutzt, dich zu tun, zu tun, was zu tun. Und wir sind auf dem Weg, von Stadt zu Stadt, immer wieder zu bleiben, ein Schritt weiter. Aber überall wo wir gehen, du einfach nicht zu stoppen, zu bekommen, Follower zu bekommen. Manchmal sogar wir in unsere Haus, und benutzen unsere Toilette, nur um dich zu sein. Das ist deshalb, wir haben spezielle Medikation in dein Essen, zu versuchen, Ihre Macht zu verbessern. Aber es funktioniert nicht. Die Nebenwirkungen der Medikation einfach haben dich wirklich, und wirklich, schmerzliche Farts. Entschuldigung, Junge. Oh mein Gott, ich fühle mich so glücklich, zu endlich sagen, die Wahrheit. Me, auch, honey. ich... Siehst du, ich weiß nicht, ich muss noch mal drinken. Und ich muss nicht vor meine Probleme mit Pop-Brownies gehen. Oh, honey. Ich fühle mich, unser Zukunft wird jetzt völlig anders sein. Ich glaube in uns. Oh Gott, Barf. Was für dich, Sweetie? Jetzt dass du die Wahrheit wissen, glaubst du, glaubst du, auch in dir selbst? Ja, warum nicht? Okay. Ja, das ist doch mal eine schöne Liebesgeschichte. Leider mit einem nicht ganz guten Ende bisher. Vielleicht können wir ja die Zukunft dadurch jetzt aber verändern. Wir schauen mal. Komm schon. Komm schon. Ich treffe alles. Ich glaube. Ich glaube. Mein Glaube ist real. Oh, und jetzt? Nein, nein, nein. Das wollen wir verhindern. Oh, das... das tun wir natürlich. Bin ich dafür auch schon bereit? Bin ganz aufgeregt. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, wir sind sowas von bereit. Oh, ist das jetzt schon das Grand Final? Oh, das war's. Komm schon, wir können immer wieder aufhören, das Mann! Da ist er! Leute, ihr ist hier? Oh, danke Gott! Mitch Conner wird sich in gewollt, Leute, wir müssen ihn aufhören! Du bist nicht aufhören, du Scheiße! Du solltest endlich sagen, das war alles du! Ich bin nicht auf Mitch Conner's Seite, ihr Leute! Stop das! Du bist Mitch Conner! Admit es, Cartman! Nein, ich bin nicht, Cal! Admit es! Nein, Cal! Ich habe keine Kontrolle über Mitch Conner! Du bist Mitch Conner, du bist immer Mitch Conner, und du besser stopp jetzt! Dann wie du das das, Cal? Well, 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 die Plot thickens. Das ist nicht lustig, Cal. Ich mache das nicht. Du, fuck du! Was ist das, Kim? Schuhe auf der anderen Hand? Cal, fucking knock es auf! Warum bist du auf ihn? Weil er es fucking macht es, das ist ja! Ich bin nicht macht es, dude! Das ist deine Hand, Asshole! Also, stop fucking trolling me! Wie ist er trolling, Kuhn? Weil er versucht, mich zu erzählen, was zu erzählen, was zu erzählen! Warte! Also, du warst, du warst, das warst, bevor? See? Das ist ein trolling, um mich zu erzählen, dass ich mich trolling, was zu erzählen, was zu erzählen! Hahaha! Das ist nur was ich wollte! All die Kuhn-Frienden sind in der anderen Hälfte! Dude, come on, bist du das? Vielleicht ist er. Das bedeutet, dass vielleicht Cartman nur das warst, bevor. Also, du warst, Cartman? Du siehst? Das provee es! See, was er macht es? Right? Ich auch nicht. Oh, oh. Ich blick nicht mehr durch! Das ist total verwirrend. Wegen wen? Was? Achso, also, Kuhn kann ich nicht steuern? Oh ja, auf jeden Fall. Okay, die beiden kann ich jetzt nicht steuern. Ja, die beiden kann ich nicht steuern. Alles klar. Ach nein, das lassen wir mal noch. Okay, 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 okay. Sieh ich einfach beide? Das ist doch gar kein Problem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Kyle, this is super weird. Oh, mal Kyle. Ich weiß aber auch nicht mehr, ob Kyle, äh, ist auch verarscht. Ich weiß es nicht mehr. Es ist alles so strange. Okay, okay, okay. Äh, was tue ich, was tue ich im Moment? Moment, Moment, Moment. Tut's mir leid, Kyle. Wie sie sich jetzt alle gegenseitig bekriegen. Das war doch nur Mitch Connors, äh, Gesangengang. Das ist doch alles, was er wollte. Das ist doch alles, was er ist, was er ist, was er ist, was er ist. Das ist total verwirrend. Jetzt treffen nur drei Leute aufeinander. Also drei. Die beiden kämpfen gegeneinander, wir kämpfen gegen die beiden und es ist alles so verwirrend. Und ich rede zu viel, merke ich gerade. Toll, ich soll Mitch Connor bewegen, aber welchen? Welchen soll ich bewegen? Das geht nicht. Oh, was? Das ist gut, gut, gut. Oh doch, oh doch, euch beide kriegen. Die wissen das selber nicht mehr, was dauernd das falsch ist. So, nein, 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 nein. Greift ihr euch an, lasst nicht in Ruhe. Lasst meine Karte in Ruhe und greift einfach euch an. Macht was ihr wollt, aber lasst nicht in Ruhe. Haben die beide eine Krone auf? Ich weiß es gerade gar nicht. Wenn nicht, konzentrieren wir uns jetzt nur auf den Krone. Ich gehe jetzt um, ja, stunden bei dir. Haha, it'll take more than that, freedom pass. Oh, this is getting fucking retarded. I agree. The only way to end this is to defeat both of them. Das habe ich ja vor. Okay. Was? Nicht schummeln? Wie nicht schummeln? Wie war's? Nicht schummeln. Hä? Wir besiegen einfach beide, das sollte ausreichend sein. Ja, gut. Das kriegen wir schon hin. Das ist gar kein Problem. So. Ich würde gerne das machen, aber... Tja. Geht leider nicht. Da sind wir hier alle im Weg stehen. Genau. Das ist scheiße. Das ist mir leid, Kai. Ich bist du dran, Kartmann. Wir geben nicht auf. Wir müssen sowieso gleich hinüber, glaube ich. Demnächst. Halt. Warum geht das nicht doch jetzt? Bitte. Wir haben beide besiegt. Supergut. Das ist mir leid, Kai. You fucking drop it, fat ass. Tell these guys you were just fucking with me. They're gonna just keep beating the shit out of both of us. Yeah, dude, Kyle, if you're just fucking with us, we have to know. You're just making things more confusing. If I was just fucking with you, then so was he. Fine. Maybe I'll admit it. I'll admit I was just fucking with you guys. But only if Kyle admits to it first. I'm not saying anything until he does. You admit it first. All right, fine. We'll both admit it at the same time, all right? On three. We'll both say I was just fucking with you. Fine? Fine. Okay, fine. One, two, three. I was just fucking with you. Ha ha, gotcha. Oh, you asshole! That wasn't her. And for too long, our town has been led by a dumbass bitch mayor who never did anything to stop crime. And now Mitch Conner's gonna... All right, all right, enough talking. Just make me mayor already. It's Mitch Conner! Yeah, it's fine. Go on, hurry. Swear me in. All right, to begin the inauguration, Mr. Conner, would you raise your right hand, please? Yeah. I do solemnly swear. I do solemnly swear. Wait! Wait, stop! No! What's going on here? Just finish this ceremony. Everyone, listen! This is all just a plan, to get more crime in our town, so that the Coon and French franchise would be bigger than the Freedom House franchise. Cat Urine has been put into your drugs and alcohol to raise crime in the city, so that the Coon would have more crime to fight. Everything was thought of by this asshole. Mitch Conner rides a fat raccoon? No, don't you get it? He did it all! Go ahead, new kid. Show them the selfie you took. Machen wir sofort. Ich muss es nur finden. Ist ja schon wieder eine Weile her. Ich hab natürlich ganz viele Selfies gemacht. Ja, ich bin doch dabei. Ich hab in der Zwischenzeit halt nur ein bisschen viel Selfies gemacht. Da ist es. Good. Now upload it to me and I'll put it on Connors' Instagram for everyone to see. Oh, laden. Okay. What? Look! Mitch Connors' plan! Hey, they're right! You mean he was putting poison in our wine and cocaine? Why? Yeah, why? I'll tell you, Rad. Because the new kid isn't the only person who had a parent kid fucked. My dad got fucked when I was nine years old. What? Only two people on this stage know how that feels. Stop with that already! Shh, I wanna hear this. My father will be avenged, even if it means everyone else has to die! Mitch? Mitch, it's over. Ma'am? What the hell are you doing here? I've been here all along, son. It's not your fault, Mitch. It's my fault. What are you talking about? It was me, Mitch. I'm the one who fucked your dad. Whoa! What? You fucked my dad, Ma'am? Why? I did it for us, son. I wanted a future for you. All these years! Hunting for the person that fucked my dad, and it was my own mother! Mitch, try and stay calm. Fuck you, kid! You may be really cute, but even you can't fix this! Did he look at you, ma'am? Huh? Did he look you in the eye when you snuck up and fucked him? Mitch, it was a long time ago! Not to me! It's every day to me! Forgive her, Mitch! Please tell me you're not buying into this! I'm gonna kill you for what you did! Just kill me, Mitch! Please! You kill me! I don't wanna live! I'll kill you! You kill me! I'll kill you! 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 Well, thank God, that guy isn't gonna be mayor! Come on, everybody! Let's go get clean drugs and alcohol from the next town over! Yeah! Okay! Das war doch jetzt nicht schön, das Ende! Wir lassen es mal durchlaufen. Sauce Park hält ja immer mal ein paar Überraschungen bereit. Ich fand das Ende jetzt doch ein müe abrupt. Aber einfach mal abholen. Das war jetzt242-Dieter. Alles klar, okay, also ich vermute mal, es kommt gleich noch etwas und sollte das nicht doch mal sein, werde ich auf jeden fall gleich mit statement dazu abgeben. Also noch ein Müge durch. Ich wusste es. Ach Zucker, ist das nicht Zucker? In fact, kiddo, would you excuse us for a moment? Mommy and Daddy have a little business to take care of upstairs. Oh, you little sneak. Was wird wohl jetzt passieren? Hehehe. Guck mal. Do you really think you could stop bad things from happening? Don't you see that chaos always catches up with you? You've tried being a hero. Why not let your darker side free? There's only one truth in this life, you kid. No matter how hard you try to change the past, your dad will always enfuck your car. Alles klar! Ich vermute mal, das war jetzt tatsächlich das Ende. Und oh Gott, es war ein relativ offenes Ende. Und ich hoffe, ich hoffe tatsächlich, dass es mir nicht zu viel verspricht. Denn es war mal wieder ein sehr, sehr geiler Southpaw-Teil. Auf jeden Fall, das hat sich richtig gelohnt. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und die Story war auch wieder erstklassig. Auf jeden Fall. Wir haben ein paar so Nebenmissionen zwar gefehlt, aber naja, meine Güte. Das sind so Sachen, die könnt ihr denn gerne selber spielen. Unbedingt spielen vor allem. Southpaw lohnt sich auf jeden Fall. Und wer den ersten Teil noch nicht gespielt haben sollte, der kann sich auf jeden Fall beim Kauf des zweiten Teils den ersten kostenlos ergattern. Wer sich also den zweiten Teil besorgt, kriegt den ersten gratis dazu als Downloadcode. Von daher, ich kann es nur empfehlen. Unbedingt spielen. Sowohl den ersten als auch den zweiten Teil. Was für eine Geschichte. Was für eine Story. Mitch Connor, der Übeltäter. Und ich glaube, wir sehen ihn nicht zum letzten Mal. Ich glaube, wir sehen ihn nicht zum letzten Mal. Man darf gespannt sein. Es wurde noch nicht allzu viel gesagt. Beziehungsweise gar nichts. Ich vermute aber mal, wir können uns in den nächsten Jahren auf einen dritten Teil freuen, eventuell. Ich würde es sehr begrüßen. Es macht immer wieder Spaß, in der South Park Welt zu spielen. Von daher würde ich das sehr begrüßen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das Spiel heute noch zu Ende bringe. Krass. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Im Großen und Ganzen hat es mir auf jeden Fall sehr, sehr gefallen. Den ersten fand ich einen Tuck besser. Aber was ich hier natürlich sehr gut fand, war, es war diesmal ein Cut. Ja, den ersten gibt es leider nicht ungeschnitten. Aber hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und sie haben eine relativ gute Lösung, finde ich, damals dafür gefunden. Aber der zweite Teil ist an Cut und war natürlich, war sehr, sehr gut. Doch, ach, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, außer dass es gut war. Auf jeden Fall freut es mich, wenn ihr eisern dabei geblieben seid, auch wenn es mal eine Woche Pause gab und so. Ich bin froh, dass es trotzdem noch durchgespielt habe mit euch zusammen. Und ja, ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. Die・・ charge total ist echt knapp. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020